Swatiha! Wir Thais können nicht ohne unsere Namjim Soße leben. Namjim ist die thailändische Dip Chili Soße und ihr seht, Mami ist schon ready für Bok Bok. Bok Bok heißt stampfen und da geht es los. Chilis und Knoblauch werden hier miteinander gestampft und die genauen Mengenangaben findet ihr wie immer unten in der Infobox. Da könnt ihr nochmal nachschauen. Da kommt Palmzucker dazu. Ja, genauso süß wie Mami. Und Palmzucker wird jetzt auch hier gestampft und reingedrückt. Dann helle Sojasauce. Ihr könnt aber natürlich auch Fischsoße nehmen, wenn ihr wollt. Dann Limettensaft. Mhhh. Und am Ende geben wir hier noch ein paar Kräuter dazu. Wir haben jetzt Pfefferminze und Thai Basilikum genommen. Und diese Namjim Soße, Leute, ist unglaublich lecker. Das ist scharf, süß, sauer, salzig, Geschmacksexplosion pur. Ob zu Seafood, zu gebratene Reisgerichte, Salate oder Barbecue-Grill-Saison perfekt. Das ist scharf, süß, sauer, scharf. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.